Galerie Chöresi Hier finden Liebhaber von edler Handwerkskunst alles, was das Herz begiert. Zum umfangreichen Sortiment zählen Produkte aus Ungarn, Indien, Bangladesch oder Vietnam. Die Herkunft unserer Produkte ist uns sehr wichtig. Daher tragen viele Erzeugnisse, die bei uns angeboten werden, das Fairtrade-Produktsiegel. Auch keltisch inspirierte Accessoires sowie Waren der Kollektion Collection Hungarica nach altungarischer Nomadenkunst sind erhältlich. So zum Beispiel altungarische Reitertaschen aus versilberten Kupfer. Die Vielfalt an verarbeiteten Materialien erstreckt sich von Keramik, Holz, Leder, Stein, Glas, Perlmutt, Horn bis hin zu Feuer im All und vieles mehr. Nicht zuletzt finden auch Künstler aus der Umgebung hier eine Plattform, um ihre Kunstwerke zu präsentieren. Galerie Chöresi – der Treffpunkt für qualitätsbewusste Kunst- und Modeinteressierte. Einmal Satz – eine Plattformstelle